Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute in diesem Video habe ich mal für euch eine kleine Showcase von dem Account, den ich verlosen werde, denn ich spiele nämlich gerade auf diesem Account. Der Account heißt Unicorn-Hyper707. Ist in meiner Crew, ist Level 1000 und ich erkläre euch jetzt mal, wie ich den Account verlosen werde. Die erste Sache ist die Leute, der Account wird so verlost, ihr müsst nämlich unter diesem Video eure Insta-Namen reinschreiben und dann werde ich anhand eines Random-Kommentar-Picker den Gewinner auslosen und diesen werde ich dann auf Instagram anschreiben und ihm die Account-Daten zukommen lassen. Das ist so schon mal die erste Sache, die ihr wissen müsst, Leute. Ich werde mir drei Tage lang Zeit lassen, bis ich den Kommentar-Picker dann auf diesem Video so gesehen benutzen werde. Und ja, was kann man noch zu dem Account so sagen? Ich habe hier zehn modded Autos, die ich selber erstellt habe, auf diesen Account drauf lassen machen mit meinen Kollegen. Also heißt, die Community hat auch mitgeholfen, diesen Account hier zu erstellen. Ihr könnt jetzt auch schon sehen, hier, was für Autos hier drauf sind. Und die Autos habe ich selber erstellt. Mit Hilfe der Community habe ich diese Ganze hier auf diesem Account gemacht. Und die restlichen Garagen auf diesem Charakter hier, auf dem ersten Charakter, sind voller Deluxes. Das heißt, Leute, ihr könnt die Deluxes verkaufen und damit dann richtig viel Geld machen. Auf dem zweiten Charakter ist es ein bisschen anders. Dort, Leute, ist es folgendermaßen. Ihr müsst nämlich folgendes machen. Ihr müsst euch nämlich Apartment-Garagen kaufen. Und in diesen Apartment-Garagen werden dann Deluxes sein. Ihr habt insgesamt, glaube ich, fünf oder sechs Apartments, die ihr euch kaufen könnt. Und dort werden dann auch komplett voller Deluxes sein. Und ja, Leute, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu diesem Account zu sagen. Der zweite Charakter ist auf Level 120. Der ist, wie gesagt, auf Level 1000. Ich habe dem Account auch unter anderem ein paar modded Outfits mit Safe Wizard hinzugefügt. Ich werde euch die ganzen jetzt auch mal kurz hier zeigen. Das hier ist das erste Outfit. Das hier das zweite. Okay, ich werde jetzt nicht ganz ehrlich die Zahlen sagen. Ich zeige einfach nur die Outfits, Leute. Und falls ihr hier noch die Duffelbags draufhaben möchtet, könnt ihr euch natürlich auch noch rübermerchen. Ich habe einmal die grüne offene und zur Duffelbag und einmal die schwarze offene. Hier ist zum Beispiel jetzt die grüne volle drauf. Und hier habe ich dann noch für euch ein paar Merch-Slots. Das heißt, das Oberteil und die Schuhe von dem jetzigen Outfit, was ihr momentan anhabt, werden gemercht. Ich kann euch das am besten mal hier jetzt so zeigen. Zum Beispiel ziehe ich mir dieses Checkerboard-Outfit hier an. Dann wechsle ich das Outfit auf lila Merch. Und dann geht nämlich, wie gesagt, das Oberteil und die Schuhe mit rüber auf dieses Outfit. Und ja, mehr habe ich auch nicht zu diesem Account zu sagen. Wie gesagt, ich werde mir drei Tage Zeit lassen mit dem Kommentarpicker. Und dann werde ich auch ein Video dazu raushauen, wie ich denn die Kommentarpicker so gesehen benutze. Damit ihr wirklich sehen könnt, dass es einen Gewinner gibt. Ich würde sagen, lasst ein Dank und ein Auge da. Haut rein und ciao. Wow. Wow. Wow.